Hallo und herzlich Willkommen hier zu Valheim Hearth and Home. Es ist eine ganze Zeit her, dass wir zuletzt gespielt haben. Ihr seht dort am Lagerfeuer im Gebüsch stehen Urtolf the Wimpy Viking. Dieser wurde damals begleitet von Fjalla und von dem Manus. Ich frage mich gerade nicht, was der Spielercharaktername da war. Habe ich gerade nicht mehr im Kopf, aber da haben wir so ein bisschen rumexperimentiert, ein bisschen ausprobiert und mal ein bisschen so geguckt. Jetzt habe ich mir überlegt, hey, vielleicht machen wir das nochmal. Ich habe gerade Lust, ich sitze im Moment leider in Quarantäne und habe ein bisschen Zeit. Ich dachte mir, spiele ich mal so die ein oder andere Runde, starte ich einen neuen Charakter. Eine Welt habe ich schon erstellt, in die ich allerdings noch nicht reingegangen bin. Und gucken wir mal, was draus wird. Vielleicht setzen wir uns dann nochmal mit dem einen oder anderen hinterher zusammen im Multiplayer. Vielleicht wird das so ein Solo-Ding. Wir gucken mal. Und zwar starten wir. Das ist der gute Urtolf, den kennen wir. Aber wir machen einen neuen Char. Neuer Char. Name, ganz wichtig. Bjorn Haufdan. Habe ich mir extra rauskopiert, das Bjorn, um dann eben dieses durchgestrichene O zu haben, aus dem Dänischen. Und das ist dann Bea, der Halbdäne. Das wird auf jeden Fall männlicher Charakter, weil ich bin männlich. Haar, haar, haar. Und wir gucken mal, Hautfarbe. Sonst habe ich immer recht hell gehabt. Vielleicht werden wir ein bisschen dunkler. Sonnen gegerbt auf dem Schiff, auf dem Langschiff. Haare. Haare sind ja so ein ganz großes Thema. Das ist definitiv keine Frisur, die ich haben möchte. Das ist zu Standard. Kurz 1 ist auch irgendwie so. Kurz 2. Ja. Lang 1. Pferdeschwanz. Das ist ganz cool. Weiß nicht, wie sich das mit der Rüstung verträgt. Das ist eigentlich so. Ja, pass auf. Das nehmen wir mal. Das gefällt mir. Ein Bart. Haben wir einen Bart? Wir haben einen Bart, oder? Wir sind männlich. Wir sind ein Bär. Muss aber auch irgendwie ein bisschen zur Frisur passen an der Bart, ne? Oh, ein bisschen viel. Zweimal lang geflochten an der Seite. Oder so einer in der Mitte. Ich glaube, das sieht so ein bisschen verschoben aus. Nehmen wir den. Haarfarbe. Ich selbst habe einen leichten Rotstich. In meinem Haupthaar. Also nicht, dass ich ansatzweise so aussehen würde, wie er jetzt hier. Aber deshalb möchte ich dies transportieren. Blondheit. Da ist ein bisschen hell, ne? Pass auf. Der Rotstich ist... Ja, ist schwierig auch jetzt, ne? Ist schwierig, weil... Ich wäre ja eigentlich irgendwo hier. Hier so. Aber dann ist bei ihm nur... Jetzt... Ja, das ist ein bisschen roter, ne? Machen wir so. Ganz leichten Rotstich hat er drin. Und das ist Bjorn Halfdan, mit dem wir jetzt in eine neue Welt reinspringen. Und zwar habe ich die hier schon angelegt. Chortenlandir. Das Land der Hirsche. Reingeht's. Wer das Spiel schon kennt, der kann sich einfach von mir ein bisschen begleiten lassen. Ich habe hier so einen Cave am Start. Da hört ihr mich jetzt noch ein bisschen drin rumrühren. Weil Kaffee ist immer gut. Wir werden nach Valheim geschmissen. Und müssen dieser Welt entflüchten. Das Ganze hat so ein bisschen... Na ja, Survival-Anspruch jetzt nicht so ganz. Weil man kann nicht wirklich verhungern. Wenn man Lebensmittel zu sich nimmt, wird man einfach stärker. Aber man kann nicht verhungern. Vom Survival-Aspekt. Aber es ist halt so... Crafting, Grinding, Aufbauen, Basis bauen, Heimat bauen. Alles hübsch machen. Und dann die Bosse legen. Nachdem wir uns den Minions erwehrt haben. Das ist so der grobe Plan. Und wir gucken mal, wie das so wird. Und was wir so alles erleben auf dieser neuen Welt. Die Welt habe ich mir mit einem random Valheim World Map Generator erstellt. Wo ich dann auch die Karte grob gesehen habe. Aus dem Grund, dass wir nicht auf einer mini kleinen Insel landen. Die wir dann erstmal hinter uns lassen müssen. Also vor langer Zeit vereinte Allvater Odin die Welten. Nachdem er seine Feinde niedergerungen hatte, schleuderte er sie auf die zehnte Welt, bevor er die Zweige des Weltensbaums spaltete, die ihre Gefängnisse trugen. Dadurch gaben sie ein Exil anheim, in dem sie ankerlos umhertreiben würden. Diese Welt fiel jahrhundertelang in einen unbehaglichen Schlaf. Doch dies war nicht ihr Ende. Denn während Eiszeiten kamen und gingen, so entstanden auch Königreiche, die sich der Sicht der Götter entzogen. Als Odin vernahm, dass seine entstiegenen Feinde erneut erstarkt waren, schaute er gern Midgard und entsandte seine Valkyren, um die Schlachtfelder nach den größten Kriegern zu durchsuchen. Die ich dann den Text nicht mehr lesen konnte und hat mich dann halt losgeschickt. Hier, das ist Bjorn mit der cool dargestellten Valkyre. Habe ich ja beim letzten Mal beim Intro schon gesagt. Ich mag es tatsächlich, die Darstellung. Und wir landen dann gleich auf der Welt im Regen. Ja, ich habe mir die Karte dann angeguckt, dass wir auf einer Landmasse sind, wo wir möglichst mehrere Biome haben, auf der wir etwas länger verbringen können, ohne uns Schiffe bauen zu müssen, weil das ist so ein bisschen tedious. Und deshalb habe ich mir die schon mal vorbereitet, die Welt. Ich weiß aber nur, dass wir eine relativ große Landmasse haben, die verbundene Scan Norden. Mehr weiß ich noch nicht. Also nicht, wo irgendwie Monster sind, wo Camps sind, wo Bosssteine sind oder sowas. Einfach nur so die grobe geografische Ausrichtung. Und da landen wir an diesem Spawnstein. Da ist er, der Bjorn. Auf der Welt. Es regnet. Und hier haben wir Hugin. Hugin sagt uns natürlich, was wir so zu tun haben und was wir so machen können. Und wir starten auch direkt damit. Und zwar geht es so, spieltypisch, ist los. Wir sammeln Steine. Oh, das ist schick. Wir sammeln Steine, wir sammeln Äste. Wir craften. Wir werden mit der Zeit besser. Das System ist, also für die, die es noch nicht kennen, ausgelegt auf Learning by Burning. Ihr tut Dinge und Werte durch das Tun besser. Und das Ganze ist in dieser wunderbaren, leicht pixeligen Grafik wunderbar schön. Allerdings trotzdem noch gesprengtelt mit sowas wie God Rays und so Sachen. Und da seht ihr schon, ich bin dreimal gesprungen und habe Springen verbessert. Ich habe aktuell nur eine Fackel dabei. Und ihr seht unten eine kleine Leiste. Das ist meine Ausdauer. Die brauche ich für Springen, für Rennen, für Kämpfen, für Schleichen. Hier, Schleichen geht die auch runter. Das heißt, man kann nicht unendlich lange schleichen. Und ja. Jetzt sind wir hier auf der Welt. Und da ist ein Hirsch, ein Reh, um genau zu sein. Und wie gesagt, jetzt müssen wir erstmal hier so ein paar Grund. Dinge sammeln. Äste, Steine. Wir haben hier direkt einen Gegner, einen Gräueling. Das ist wunderbar. Den verboxen wir jetzt. Ja, guck her. Natürlich der beste Start, den man so haben kann. Direkt hier mit dem Fistfight. Eigentlich habe ich dafür immer gerne eine Axt. Die man auch zum Holzhacken nutzen kann. Aber gut. Geschafft. Wir haben Harz bekommen. Harz brauche ich für Fackeln. Das ist ganz gut. Weil. Ja, lecker. Bla, bla, bla. Essen, essen, essen. Ist klar. Kennen wir. Brauchen wir nicht alles neu. So. Was haben wir hier? Löwenzahn. Wofür auch immer. Werden wir den nochmal brauchen. Wie gesagt. Das ist schon ewig her. So. Okay. Mal kurz auf die Map geguckt. Das ist die Welt. Von der wir auch hier runterfallen können. Ganz wichtig. Hier oben haben wir schon Wasser gesehen. Deshalb gehe ich, glaube ich, erstmal Richtung Norden. Da, wo uns die Walküre abgesetzt hat. Weil da sehe ich ein bisschen Wasser. Ich möchte mir nämlich gerne ein Basislager in der Nähe des Wassers bauen. Erstmal. Dann haben wir nämlich immer so einen Orientierungspunkt. Können dann an der Küste entlang laufen. An der Küste gibt es meistens Nixen. Nixen sind hier ganz interessant dargestellt als kleine Echsenwesen. Und wenn man die verhaut, geben die einem Nixenschwänze. Die kann man dann beraten. Das ist Essen. Und warum sollen wir uns nicht in die Nähe von einer somit wichtigen Ressource bringen. So. Da ist ein Wildschwein. Das möchte ich jetzt nicht unbedingt. Nein. Pfui. Aus. Wildschweine sind nämlich, wie auch im Realen, doch schon böse Tiere. Wenn man sie verärgert. Ich war einer Zeit mal in der Eifel unterwegs. Wandertour. Es dämmerte langsam. Der Boden wurde im Wald matschig. Und man stellte so fest. Oh. Hoppala. Das sind Wildschweinsspuren. Hier suhlen die sich scheinbar. War da ein bisschen beängstigend. Weil es nachts, das sind ja so Tiere, die werden nachts aktiv oder dämmerungsaktiv. Wenn man dann in so einem Gebiet ist, wo die sowieso immer mal passieren und dann da rumläuft und die dann sagen, ey, das ist aber unser Gebiet. Fand ich das schon ein bisschen unruhigend. Dementsprechend. Wildschweine hier auch böse Viecher. So. Pass auf. Damit wir nicht noch Probleme mit weiteren Gräulingen haben, gucke ich mal eben. Das ist unser Inventar. Das ist unser Crafting. Das Crafting ist erstmal wichtig. Ein Steinachst. Axt ist Kämpfen und Axt ist Holzhacken und Verhauen von Gegnern. Und auch wichtig, der Hammer. Das ist quasi der Hammer. Ich glaube, ich mache nochmal direkt zwei, drei. Ah gut, eine neue Axt. Weil die brauche ich zum Kämpfen und zum Holzhacken. Den Hammer zum Bauen. So. Hugin sagt jetzt hier Hallo. Hallo, hallo, hallo. So, pass auf. Zack. Gleichzeitig den Gräuling und den Baum. So geht das. Merkst du? Geht schon besser. Da fühle ich mich gleich schon etwas sicherer. Und mit zwei Schlägen gegen so einen Baum geht das auch ganz gut hier. So. Hallo, Hugin. Was möchtest du jetzt? Du möchtest einen Hammer erstellen? Habe ich da Hammer. Den kann ich in dieses Baumenü rein. Da kann ich hinter Sachen bauen. Sammle ich Rohstoffe. Kann ich mir neue Rezepte dadurch erlernen. Baumfällen tun wir auch gleich erst mal in die Richtung, wo ich Space Camp erstellen möchte. Und zwar hier hinten irgendwo. Guck mal, hier ist Wasser. Da kann man auch so ein bisschen hochgelagertes Gebäude machen. Hier haben wir Feuersteine. Feuersteine sind wichtig tatsächlich für das nächste Werkzeug. Die Feuerstein-Axt. Wieder nass, auch nicht schön, aber gut. Die Feuerstein-Axt ist ein bisschen besser. Und ich glaube, damit kann man auch schon dann die nächste Holzart hacken, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ah, ist ja ein Füllhorn hier quasi. Ist auch richtig gut. So, einmal hier raus auf diese kleine Insel. Alles sammeln, was man so sammeln kann. Den kriege ich auch noch mit. Wichtig ist hier tatsächlich die Ausdauer in diesem Spiel. Habe ich keine Ausdauer, kann ich nicht mehr kämpfen. Habe ich keine Ausdauer, kann ich nicht mehr schwimmen. Kann ich nicht mehr schwimmen, gehe ich unter und verrecke. Ist jetzt an sich erst mal nicht so eine coole Sache. Dementsprechend will ich dem Wasser erst mal möglichst fernbleiben. Was das Begehen von Wasser angeht. Schon in der Nähe des Wassers. Ich weiß nicht, ob Feuerstein und sowas alles neu spawnt mit der Zeit. Aber das ist auch hier so, weißt du? Grasland, Meadows. Ist auch ein schönes Gebiet hier. Das gefällt mir optisch auch. Dann im Hintergrund da diese andere Insel. Könnte man eine Brücke hinbauen hinterher vielleicht. So, das Ziel des Ganzen ist es. Ist gleich irgendwo hier an der Küste. Einen Ort zu finden, wo wir schon mal unsere Werkbank einrichten. Um Zugriff auf weitere. Crafting Klamotten zu haben. Dafür will ja auch die Welt etwas inspiziert werden. Und ich habe es beim letzten Mal schon gesagt. Ich sage es auch hier. Ich hätte Bock, das tatsächlich auch dann ein bisschen in Richtung Multiplayer zu machen. Mit dem einen oder anderen. Nicht so vielen Leuten auf einmal. Denn das ist dann immer schwierig, das alles zu koordinieren. Aber mal gemeinsam hier so. Ey, lass es mal ganz entspannt. Es soll kein Powercreate werden dann. Sondern einfach mal gucken. Muss auch nicht sein, dass jemand dann sagt. Ey, ich bringe nur das und das mit. Dann können wir da schon Progress machen. Ah, komm mal hier. Autosave. Äh, World Save. Ich bringe, weiß ich nicht, irgendwie was mit auf den Server. Dann kannst du da irgendwie Progress machen. Das muss auch nicht sein. Wir können das alles ganz in Ruhe hier zusammen erarbeiten. So, Feuersteine, Feuersteine, Feuersteine. Und hier hinten läuft das Ganze dann wieder zusammen, so wie das ausschaut auf der Map. Achso, ist übrigens auch wichtig. Ich habe auch Carry Capacity. 300 aktuell. Wahrscheinlich Pfund. Unzen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kann ich auch nicht unendlich viel tragen. Deshalb muss ich beim Sammeln jetzt auch mal langsam überlegen, dass das nicht zu viel wird, was ich mitschleppe. Und mir dann auch den entsprechenden Ort mal anschauen. So, hier sind wir drüber geflogen. Deshalb ist es auch schon offen. Auf der Karte. Das ist dann das Gebiet hier. Wunderschöne Natur. Ich mag das. Gerade der Stil, dieser Art Style. Das habe ich beim letzten Mal schon gesagt. Wiederhole ich auch gerne nochmal. Der berührt mich irgendwie. Hat was Besonderes. So, ein Runenstein. Und was sagt dieser Runenstein? Okay. Hier gibt es Abenteuer. So viel auf so einer Landkarte. Achtung, hier gibt es Drachen. Hier gibt es Abenteuer. Ein Feuerstein. Der war mit. Da ist übrigens eine Nixe. Die hat mich gerade gesehen. Uiuiui. Okay. Gut. Einmal ein bisschen rennen. Hier haben wir einen kleinen Einbruch. Da geht dieser Fluss rein. Okay. Das ist cool. Natürlich dann eine Qual, das irgendwie hier zu bebauen. Aber das ist ganz cool. Hier haben wir dann die Mündung. Da könnte man schön irgendwo eine Brücke drüber setzen. Und da werden wir nochmal wieder fett nass, weil wir voll ins Wasser patschen. Na komm schon. Okay. Ein bisschen hier ausdauer generieren. So. Nicht, dass wir dann ins Wasser schwimmen wollen und dann direkt absaufen. Das ist auch so eine Stelle, da könnte man hinterher eine Brücke drüber setzen. Mhm. Wenn ich hier hochgehe, wie sieht das dann aus? Das ist eine Gegend, die sich vielleicht lohnt. Geht es den Berg hoch. Okay. Und hier wieder runter. Hm. Das da unten sieht aus wie eine Struktur. Also eine Ruine aus vergangenen Zeiten. Hier oben haben wir einen Ast. Und hier haben wir eine Ebene. Hier bräuchte ich nicht immer Bäume fällen, weil ich hier Platz hätte. Und hier haben wir einen Exier-Schrein wahrscheinlich schon. Ja, genau. Und das ist einer der Bosse, umgeguckt zu sein der Erste. Und hier muss man dann Trophäen von Hirschen hinlegen, das weiß ich schon. Um dann Exier zu beschwören. Und deshalb mache ich mir mal hier direkt eine Markierung hin. Und zwar Punkt Exier. Keine Ahnung genau, ob er genau, ups, ob er genau so geschrieben wird. Und da haben wir so. Aber dann ist da schon mal klar, da ist Exier. Da wäre das doch glaube ich cool, wenn wir irgendwo hier oben dann in der Nähe schon mal unser Lager aufschlagen. Dann ist es nicht ganz so weit weg zum ersten Gegner. Boss. Dings. Verstehst du? Die Frage ist allerdings, gehe ich da rüber? Bau da was auf? Oder bleibe ich hier auf der Seite direkt, weil es... Man muss man schon eine große Brücke hinbauen. Hm. Ja, ihr merkt, der Spot, den man da so wählt von dem Anfang, das ist schon wichtig. Denn darauf bauen wir auch auf in der Zukunft. Mit Konstruktionen, mit denen wir dann zum Beispiel auch Landwirtschaft betreiben, hinterher Schmieden, Eisenverarbeitung. Natürlich das Eisen kriegen wir nicht in den Grasland, dann müssen wir dann ins Waldgebiet. Aber das muss man natürlich berücksichtigen, damit das Ganze nicht so lange Wege sind am Anfang. Und ich sehe schon da drüben, da wird dann das Grasland zu dunkler Wald. Und im dunklen Wald gibt es dann gut Metalladern. Hier, ah, guck mal, hier fängt er auch schon an. Hm. Nice. Das heißt, eigentlich, hier in dem Gebiet könnte man sich gut niederlassen. Wenn ich das jetzt so mal betrachte, das ist relativ hoch. Ja, possible spot, aber ich möchte mir das da drüben noch mal angucken, weil ich ja sagte, nah am Wasser, wegen Nixen und so. Hier haben wir Himbeerbüsche. Auch nicht verkehrt. Müssen wir natürlich dann so ein bisschen den Weg hinbauen, dass das leichter fällt, hier zum Ernten Lohnen dazu kommen. Das ist sehr nice Gegend. So, hier einmal mal kurz gucken, dass ich hier rüber komme, ohne abzusaufen. Hier ist. Hier wohl. Dann gucken wir mal, was auf der anderen Seite dieses Hügels ist. Ob das wie so eine kleine Insel ist, weil hier auf der Seite geht es ja auch in den dunklen Wald. Das wäre dann ja ungefähr dasselbe, was wir hier haben. Und dann könnte sich hier ein Agrohirsch. Könnten wir theoretisch, angenommen, hier unten fängt dann die Basis an, oder das Lager, uns sukzessiv hier reinbauen in diese Landzunge. Noch erstmal ordentlich Bäume für den Anfang, weil ich mir das Holz gerne von woanders holen würde eigentlich. Ach, guck mal, hier ist alles. Hier ist wieder so eine Ebene. Schöner Baum. Ja. Ja, doch. Da kann man was mitmachen, glaube ich. Hier unten können ein paar Felder angelegt werden. Den Hügel hoch. Hier ist nochmal so ein Runenstein. Hier geht es recht flach ins Wasser. Das ist ein Runenstein, an dem Wildschweine spawnen, glaube ich. Solche gibt es auch. Das ist perfekt. Da fängt schon der Wald an, der dunkle. Ja, Mann. Dann habe ich, glaube ich, den Spot entdeckt. Gehen wir ein bisschen weiter nach oben. Wenn nämlich richtig Sturm ist und die Wellen aufgepeitscht werden, dann geht das am Strand auch relativ hoch mit dem Wasser. Und dann würde ich mal sagen, SIS hier ist our spot. hier bauen wir dann unsere Basis erstmal auf. Kann man schön noch da unten gucken. Oder? Ein Stück höher. Kann man mal gucken. Also nicht, dass es jetzt so wichtig ist. Das Stückchen kann man noch überbrücken mit ein paar Utility Buildings. hier geht es dann da runter. Hier oben macht oh, ha, 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 ha. Macht jetzt nicht so den Unterschied. Ob ich jetzt hier oben das mache oder da unten. Gut, pass auf, wir haben noch Platz und wir brauchen ein bisschen Holz zum Baum. Deshalb fangen wir mal hier an den ersten Baum zu fällen. Pass auf, boh, zack, zack, zack. Ihr seht, es macht so ein Baum nicht wirklich viel Schaden. Und da ist auch die Ausdauer gerade runter. Und da fällt der, da fällt er. Ja, Physik ist was Tolles, ne? Guck mal, hat er sich im anderen verkantet. Und damit das mit der Ausdauer besser klappt, essen wir mal einen Pilz und Himbeeren. Dann geht nämlich nicht nur die Ausdauer, sondern auch die Gesundheit eine Zeit hoch. Ihr seht, unten die Leiste besteht jetzt aus drei. Uh, ha, ha, ha. Ja, die können uns erschlagen. Äh, besteht jetzt aus drei, aus drei und ein bisschen Segmenten. Die ergeben sich dadurch, was man für Essen zu sich genommen hat, wie nahrhaft das ist, ob es verarbeitet wurde, ob es roh ist. Und unten links seht ihr in dem Bildschirm oder in diesem kleinen Slot. Ich habe einen Pilz gegessen, der hält jetzt, da speichert die Welt nochmal, ich glaube, das sollte ich ausmachen. Ähm, der Pilz hält jetzt 15 Minuten vor, die Himbeeren zehn Minuten, so lange bleibt auch der Buff im Spiel und danach verschwindet er. Dann gehe ich wieder auf Standard. Und man kann maximal drei Lebensmittel zu sich nehmen, dann ist nämlich der Magen voll. Finde ich eine ganz gute Mechanik, damit das nicht gespammt wird und man sich total voll frisst mit irgendwas. Und man kann ein Lebensmittel auch nur einmal essen. Also von einem Typ Lebensmittel kann man auch nur einmal essen, glaube ich, wenn ich es nicht im Kopf habe. Man kann nicht zweimal Himbeeren essen. So, und die Lebensenergie für die Zeit, in der man Nahrung zu sich genommen hat, natürlich auch ein bisschen hoch. So, Baum einmal spalten und dann die beiden Stücke klein hacken und glücklicherweise hat es diese Buche geschafft, durch den Fallschaden zwei weitere zu Boden zu reißen. Das heißt, wir brauchen gar nicht so viel hacken. Unser Werkzeug geht natürlich mit der Zeit auch kaputt. So, dann gucke ich jetzt mal kurz in die Aufnahme Software. Wie lange spielen wir eigentlich schon? Fast eine halbe Stunde. Okay. Mal gucken, wie lange die Folgen da noch immer werden. Damit das für euch zum einen nicht zu langweilig ist und zum anderen, die auch gut verdaubar sind. Habt ihr gesehen, ne? Er kam auf mich zugerollt und hat mir weh getan. So, jetzt bin ich glaube ich over-encumbered, ne? Ja, genau. Jetzt habe ich leider zu viel Zeug dabei. Das heißt, ich schmeiße mal hier die Steine hin. Um noch ein bisschen Holz mitnehmen zu können. Ja, ich glaube, den kann ich ja auch noch klein hacken. Also nicht, dass ich die Fackel jetzt zwingend bräuchte zum Spielen für mich. Aber ich dachte, vielleicht ist es ganz schick für euch optisch. So. Gut. Axel, komm weg. Hallo, du scheinst zu zitternen. Ja, es wird kalt nachts. Das stimmt. Gut. So, davon kann ich noch 29 mitnehmen. Ich trage zu viel. Wenn ich zu viel trage, regeneriere ich auch meine Ausdauer nicht. Ja, ich weiß. Nicht so viele Gegenstände rumtragen. Aber ich will die ja nur bis hier schlören. Hier schmeiße ich die nämlich wieder raus. So. Und bin jetzt bereit zu bauen. Und zwar mit dem Hammer. Da packt er automatisch die Fackel weg. Weiß ich nicht warum. Ist so. So, was können wir machen? Lagerfeuer. Dafür brauchen wir Steine. Wir können herstellen. Eine Werkbank. Und das war's. Bums. Also. Werkbank brauchen wir um grundsätzlich Dinge zu bauen. Die wird auch gleich nochmal direkt umgesetzt. Zack. Holzfeuer, Feuer, Steine, Hacks, Hacker. Und diese ganzen Basic-Building-Dinger. Jetzt holen wir mal die Steine an. Hallo Stein. Dankeschön. Oh, dann schmeißen wir einmal Holz ab. Das liegt dann da. Und dann kann ich jetzt mal schauen, dass wir uns unsere erste Hüte noch bauen in dieser Folge. Wie gesagt, Improvements können hinterher immer noch gemacht werden. Wir haben ein Bett. Wir haben eine Kiste. Fackel. Die muss man immer mit Harz befüllen. Wir haben hier diese Basis-Gebäudeteile. Bei der Herstellung kam jetzt noch der Hackklotz dazu. Hier haben wir einen Holzstoß und Steinhaufen. Das sind quasi so die Lagerstätten, wenn wir nur diese Rohstoffe dahin stellen wollen. Und das Lagerfeuer. Wir wollen bauen. Eine Hütte. Wir müssen Hütten bauen. Wisst ihr, woher das kommt? Oder erst mal eine Hacke. Warte mal. Die Handwerkstation benötigt ein Dach. Na toll. Dann müssen wir das einmal machen. Und zwar stellen wir so zwei Mauern Wände dran. Und an diese beiden Wände kommt einfach ein Dach. Hat nicht genug Schutz. Na, das ist ja ein Ding. Dann machen wir damit mal weiter. So. Zack. Und dann die Sachen kann ich auch hinterher einfach wieder abreißen und kriege die Ressourcen wieder. Das ist okay. So. Das soll nicht unsere Hütte sein. Sondern lediglich die Möglichkeit, dass wir das bedienen können. Hacke. Hacke ist Werkzeug zum Bauen Bodenebenen und sowas. Okay. Wir werden wahrscheinlich zwei Hacken brauchen. Unsere eine Steinhachse ist fast im Poppes. Also nehmen wir direkt mal noch eine neue mit. So. Und jetzt wird hier erstmal ein bisschen Boden geebnet. Damit das auch klappt ordentlich hier mit der Hütte. Und der Bonus daran an Ebenen des Bodens ist auch, dass das Gras weg ist. Was besser ist, weil Gras in der Bude hat zwar, also ist good to the touch. Ach nee, man kann die Sachen reparieren. Ich behalte keine neue Äxte. Vergessen. Okay. Das geht hier gar nicht kaputt. Gras an den Füßen ist zwar good to the touch, aber auf der anderen Seite ist es auch doof, wenn dann das Gras durch den Boden wächst. Das sieht nicht so cool aus. So, ihr seht, ein Ebenen von Boden kostet Ausdauer. Alles blöd. Hier sind Steine im Weg, die müssen wir hinterher noch wegmachen. Dafür müssen wir aber, wenn ich es richtig im Kopf habe, erst Exier legen, um dann aus seinem Geweih eine Hacke zu machen. Womit wir dann Stein bearbeiten können. Dementsprechend, die liegen dann jetzt halt erst mal da. Damit arrangieren wir uns ein bisschen. Und da kommt unser Nachbar. Hallo. Ja, guck mal. Wissen Skill haben wir schon gemacht und dadurch sind wir dann auch einfach besser mit dem, was wir tun. So, guck. Ein bisschen geebnet, weil ich nämlich dieses nützen möchte, um mir ein Lagerfeuer im Gebäude hinterher reinzurichten. Und wir starten mit Bodenplatten. Und wir starten mit diesen Bodenplatten wahrscheinlich an. Lass mich mal legen. Ne, warte, pass auf. Pass auf, wir starten hier mit. Und zwar so, dass ich hier ein bisschen, wenn ich dran klippe, ein bisschen in den Boden reingehe. Ja, dass es nicht ganz ebenerdig ist. Und dann könnte ich ja eigentlich auch die Wand nehmen, weil ich habe nämlich was ganz sneakiges vor. Für die Optik. Pass auf, pass auf, pass auf. Oder? Kriege ich das hin? Kriege ich das nicht hin? Ah, ich weiß es nicht. Ist das zu hoch? Ich glaube, das ist zu hoch, oder? Ah, okay, der kleine Perfektion ist kompliziert durch. Mehr Kulpa. So, wenn ich es jetzt immer so durchziehe. So. Die Wand wirkt jetzt ein bisschen hoch. Wenn ich jetzt den Boden hier reinsetze, dann kommt das auf die Höhe. Das ist okay. Okay, die möchte ich gerne hier reinziehen. So, wie breit sind wir denn jetzt? Die 1, 2, 3, 4, 5, das kommt mal weg. 5, 5, 5, 6, ok, so, das Spitzdach, also der Giebel wird jetzt in Blickrichtung verlaufen, das heißt, da muss ich jetzt eine ungerade Zahl haben letztendlich. Aber bitte klick, 1, 2, da wären wir schon ungerade, aber das ist ein bisschen klein, 4, 5, ja, da bräuchte ich ein bisschen Holz, hallo, kannst du das mal aufnehmen, Dankeschön. Und dieser Kreis, den ihr übrigens seht, das ist von der Werkbank, das ist dann die Region, in der ich hier solche Sachen bauen kann, die braucht man nämlich dafür. Ich könnte etwas zu essen vertragen, ja, weil gerade der Buff dann nachlässt mit der Zeit. Ja, so kommt für eine einfache, für mich, Schlafhütte, reicht das in der Größe. Kugel möchte wieder Nachricht bringen. Bei der Ausgang könnte auch dahin sein, ne? Wie weit sind wir denn jetzt hier gewesen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, da muss ich wieder ungerade Zahl haben. Ah, 7. Oder 1, 2, 3, hier ist die Ecke, dann geht es spitz hoch, dann wird das ein, das wird ein ziemlich langes Haus, aber nicht so hoch. Okay, aber das kann ich, das kann ich vertreten. Und hier hinten raus ist dann vielleicht eine Terrasse. Ja, pass auf, das muss gar nicht so dramatisch groß sein. Alles, Moment. Wir brauchen jetzt erstmal nur den Start dieses Gebäudes. und der Start ist eine Ecke, wo ein Bett rein kann und eine Feuerstelle. Das sind die wichtigen Sachen. So, reinkommen in das Gebäude ist da. Dann kommt man hier so rein, tralala, und sieht dann hier eine Feuerstelle. oder ein Stück weiter hinten. Ich glaube, genau mittig. Mittig die Feuerstelle. Da in der Ecke kommt das Bett. Vielleicht kommt die Feuerstelle dann noch ein weiter hier rüber. Und mal gleich gucken, wie weit das Feuer dann geht. So, wenn ich die hier hinsetze, hier in die Ecke gehe. Ja, da habe ich immer noch Wärme. So gerade eben. Ah, doch nicht mehr. Ah, verdammt. Verdammt. Ah, tricky. Wobei ich glaube, ich brauche nicht das ganze Bett in der Wärme haben, oder? Ah, wir machen das einfach so. Pass auf, jetzt hier Dizzy Finger Approved Feuerstelle. Da kommt jetzt hier erstmal so ein kleiner Rahmen rein. Weil ich denke, dass es ganz cool aussieht. Dann kommt da eine Treppe runter hin. Weil ich denke, dass es ganz cool aussieht. Dann setzen wir uns hier nochmal Boden dran. Damit wir so ein F... nicht genug Holz... Ja gut, ich werde gleich noch Holz hacken müssen, merke ich. Ähm. Dafür kann ich jetzt ja eigentlich hier erstmal das wegnehmen. Denn ich muss nicht an die Werkstation, um neues Werkzeug zu machen. So und so. dann kommt hier das Feuer rein. Direkt hier, machen wir wie immer drei breit. und dann kommt hier letztendlich in die Ecke ein Bett rein. So, hier hinten habe ich keinen Einfluss mehr vom Feuer, aber hier noch. So, wenn ich jetzt hier eine schräge Decke habe, habe ich hier noch Feuer, ja. Dann habe ich hier mein Bett und hier neben kommt dann letztendlich eine Kiste. Kann ich jetzt noch nicht bauen, weil ich nicht genug Holz habe. Okay, verstehe ich. Ist okay. So, was ich aber schon mal machen könnte, ist ein Koch-Rack. Hier. Zack. Da kann ich dann Sachen kochen. Habe ich gerade nichts dabei. Hallo. Ja, brauche ein Dach über dem Kopf. Ist klar. Das machen wir noch. Das machen wir jetzt noch und dann ist diese Folge auch, glaube ich, vorbei. Holz brauchen wir dafür zwei. Wir haben aktuell noch drei Holz. Das ist nicht so viel. Das heißt, let's shop some wood. Da essen wir uns noch mal eine Hebeere unten. ein bisschen hiervon. Und ich nehme, glaube ich, als erstes mal diese überwucherten Baumstämme. Weil die müssten sowieso dann irgendwann weichen, falls ihr kleine Gebäude hinkommen. So. Was willst du jetzt? Du hast eine Hacke hergestellt. Ja, weiß ich doch. Hab ich doch schon gemacht. Buchen sollst du suchen. Weichen sollst du weichen. Die fallen dann wie auf den Kopf. Was man hinterher auch noch machen kann, ist tatsächlich die Baumstämme. Die Stümpfe. Die kann man auch noch abbauen. Und daraus Holz gewinnen. Ich möchte die jetzt aber fürs Ambiente erst mal da lassen. Das zeigt halt, dass ich das schon bearbeitet habe, das Gebiet. Dass ich hier ein bisschen zu Gange war. Ich finde es eine ganz coole Sache. So. Was haben wir jetzt hier? Jetzt haben wir 32. Schon ein paar Buchäckern. Mit denen kann man hinterher, glaube ich, auch neue Bäume pflanzen. Wenn man entsprechendes Werkzeug bekommen hat. Das weiß ich nicht mehr ganz genau. Das ist schon zu lange her. So. 44 Holz. Zack. 45 Holz. Kleine Buche. 47 Holz. Und Harz. Das sollte jetzt erst mal reichen. Um da wieder ein bisschen was zu bauen. Eine wichtige Sache, die ich machen kann, ist schon mal direkt die Werkbank. Die wird gleich abgerissen, die eine. Und die Werkbank hier reinstellen. Zack. Ne. Das ist doof. Da ist doof. Das passt ja gar nicht. Vielleicht muss die hier hin erstmal. Zeige euch gleich, warum. So. Dann kann die hier außen weg. Dieser Kreis um die Werkbank ist auch, glaube ich, auch der, in dem keine Gegner spawnen. Das ist auch ganz gut. So. Reparieren kann ich die noch nicht, die Klamotten, weil ich da wieder kein Dach habe. Da kümmern wir uns jetzt drum. Und zwar. Deshalb habe ich hier diese Hälfte gehabt, weil ich es ganz cool finde, wenn das hier so halb auf dem Boden startet. so. Jetzt die Überlegung mache ich oben ein halbschräges, dass es nicht ganz so eine hohe Hütte wird. Oder ziehe ich es komplett hoch. Hier soll eine Tür rein hinterher. so. Und zack. Dann kommt hier ein halbes hin. Und dann kommt hier die Ecke dran. Und dann kommt hier eine Tür rein. da ist dann die Hammer zerbrochen. Kann ich ihn so operieren? Nee, kann ich gar nicht. Ach du meine Güte. Das ist ja doof von mir. Okay, dann habe ich hier schon mal ein bisschen Werkzeug für einen weiteren Spieler, weil es immer noch dazu kommen möchte. Irgendwann. so. Und dann könnte ich hier das so und dann hm. Okay, pass auf. Dann haben wir hier diese Innenecke. Die jetzt irgendwie nicht so richtig gesessen hat. So. Und so. Zack. Bleibt immer noch die Frage. Da ist jetzt oben ein spitzes Dach. Also richtig spitz oder machen wir das ein bisschen flacher? Zwei. Drei. Vier. Fünf. Wichtig ist natürlich, dass Feuer auch gleich überdacht ist. Das jetzt nicht äh ausregnet. So. Im Ganzen wird das auch noch ein bisschen länger. Das Häuschen. Guck mal, der Stein stört uns gar nicht. Okay. Hm. Ich glaube, wir machen so ein relativ spitzes Teil, ne? Oh, ich hab schon immer noch so wenig Holz. Verdau' ich. Ja gut, tut mir leid, aber da muss der Björn noch mal weiter. Da muss er noch mal ein Holz ran. Also da beißt ja, also da beißt der die gehörnte Maus keine Faden ab. Auch nicht. Können wir sagen, er hilft ja nicht. Ich erinnere mich, beim letzten Mal hatte ich so ein bisschen was zwischendurch gemacht. So, ressourcengathering. Ich glaube, das möchte ich hier tatsächlich alles mit euch gemeinsam machen. Für die Experience. Also das Gefühl bekommen, hier zu spielen. Und ich mach definitiv den Autosave aus. Das war nur ein kurzes Ruckeln, aber das nervt ja schon ein bisschen. So. Ich glaube, diese beiden Buchen reichen. Damit kann ich dann das Dach reinziehen. Zumindest über Bett und Werkbank und dadurch über Bett und Werkbank und dann habe ich da schon mal meinen safe einen Punkt. Sollte ich da nämlich irgendwann verkloppt werden von irgendwas? Sportmann an seinem Bett. Das ist schon wichtig. So, ich habe keine Ahnung, wo das andere Holz jetzt hingeflogen ist. Ja, klar. Wir spielen ja kein Minecraft. Kann man nicht mit bloßen Fäusten Bäumen umhauen. Hallo, bleib hier. Hallo. Ach, die Ausdauer. So. Was liegt denn hier noch alles rum? Holz, 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 Holz. Komm her. Ja, los, komm her. Komm her. Schurke. Das gibt ja auch alles Holz, auch alles Axt-Skill und Kampf-Skill, von daher ist es ja nicht schade. Und so ein Gräueling ist jetzt keine Herausforderung. Ich erinnere mich, als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, war das so ein UHH-Ein Gegner. Aber das geht ja ganz gut. da ist noch eine Attacke und Rückhand. Da war er zu weit weg. Und wir dürfen nicht vergessen, die Luts geben auch Harz und Harz brauchen wir für Fackeln. hinterher. Ah, das sieht schön aus wie mit dem Nebel. Da oben sieht man sogar das Gebäude mit dem Feuerchen schon drin. Okay, das Feuerchen ist dann hinterher verdeckt. Aber da könnte ich vielleicht eine Terrasse mit einer Fackel machen. Hallo? Ich bin zu tief. Oh oh. Doch nicht. Dieses Geräusch war nämlich ein geagrotes Wildschwein. Das muss ja jetzt nicht sein. So. Guck mal. Das Häuschen wird weitergemacht. Zack. Und doppelzack. Und hier oben setze ich dann glaube ich nur 26 Grad Dach drauf. So. Dann sieht das nämlich oben nicht ganz so aggressiv aus. so ein bisschen wie eine Scheune wie man die kennt da nach oben. Jetzt machen wir hier das noch zu von der Seite damit es nicht rein regnet. So. Oben das kleinere Kreuz. Und hier mit in dem Falle nach innen liegenden so. Guck mal. Die Ecke ist schon mal voll. Die ist dann schon mal zu die Ecke. Und dann können wir dann jetzt auch sagen, das ist mein Bett. Plopp. Björn Halfdarns Bett. Und dieser Björn Halfdarn wird jetzt auch erstmal sich eine Kiste hier in die und wegen Licht eine Fackel da hinstellen. und hier an der Werkbank wird er seinen Krempel reparieren, den er so hat. Und dann wird er den Hammer da so reintun und die Hacke und die Axt brauche ich vielleicht beim Holzhaken. Weiß ich nicht. Tue ich auch mal echt. So. Guck. Und hier oben könnte man jetzt noch eine halbe Wand reinziehen. Das könnte aber auch so. Ah, da weiß ich noch nicht. Das lasse ich erstmal offen. Wir kümmern uns weiter um diese Ecke hier. Damit unsere Feuerstelle auch in der Safe ist. So. Zack. Da natürlich auch noch. So, jetzt haben wir auch den Status ruhend. Wenn die irgendwo im Lager sind, sind wir auf jeden Fall entspannt. Und wenn man eine ganze Zeit lang drin war und es gemütlich ist, dann ist man auch besser ausgeruht. Deshalb lohnt es sich dann auch die Base hinterher mit ganz vielen schönen Gegenständen zu verhübschen. Denn das steigert dann den Gemütlichkeitsfaktor und man ist länger erholt und kriegt länger den Buff auf die Gesundheit zum Beispiel. Okay. so und da kommt dann wieder eine Treppe dran und da geht es wieder hoch. Ex hier sammelt die Kreaturen des Waldes um sich. Möchte ich hier ein spitzes Dach rein. Das zieht sich ja dann da auch noch durch. Okay. Wie mache ich das denn? Ja gut. Jetzt haben wir jetzt hier so ein Wildtier Raid. Ach quatsch. Falsch. Wenn ich das Dach nehme und das hier so drauf setze. Regnet das dann da rein? Weiß ich nicht. das hier nehmen? Dann wahrscheinlich nicht. Sieht nicht ganz so elegant aus. Okay. Aber so und hier vorne ist das nicht offen. Da möchte ich nämlich hinter eine Schweintreppe draufsetzen. ja ist ja gut. Ich mache schon die Tür zu. Ist okay. Leute ist okay. Ihr müsst euch nicht mit dem Wirbel fassen. Ignoriert mich einfach. So. Und da sind wir dann. Ja. Das ist quasi jetzt hier so unser Basecamp. Ja. Wir haben's. Es ist noch viel zu tun. Ich gebe zu. Es ist auch noch viel zu machen und das Gebäude einzurichten. Aber das können wir dann in der nächsten Folge mal gemeinsam machen. Wenn wir dieses Haus hier fertig machen. Wir gehen noch weiter Ressourcen sammeln. Wir machen das Haus fertig. So weit dass es hier zu ist. Und die Option besteht eine Terrasse hinter zu setzen. Und dann gucken mal was wir so weiter bauen. Habe ich Bock drauf? Wenn ihr Bock drauf habt, schreibt es in die Kommis. Dann würde ich sagen, Björn Halvdan sagt danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Toodlu.